Hallo liebe Leute, ich bin der App Tester und zeige euch heute N2RC für 79 Z und wie soll ich sagen, es ist so eine Art von Burg Defense Spiel nur dass ihr halt so einen Ameisenhügel habt dann gehen wir auf meine Option, können wir nicht viel machen den Ton und die Musik an und aus kann man hier auch schön so anklicken an und aus machen Highscore, Instructions, dann gehen wir mal ins Neugehen ja, originale nennen, die können wir uns zwischen 3 farbische Ameisen aussuchen nehmen wir die roten, die sieht man schön hier sind unsere Hügel und mit diesen 2 müssen wir die anderen vom Computer erobern hier steht unser Score, unsere Levelanzeige, wie viel wir noch haben von den Ameisen unser Leben, unsere Zeit und wie viel wir nun haben hier steht unsere Anzahl 15, wir tippen auf ihn drauf, tippen aufs nächste da kommen auch schon die nächsten Ameisen und beobenen den Berg das müsst ihr halt die ganze Zeit machen hier steht die Anzahl, wie viel noch dort leben noch 4, noch 6 jetzt das müssen wir jetzt immer aufessen oder zu unseren Freunden machen hier haben wir im Moment 20, hier haben wir jetzt gerade ab 10 haben wir auch die erste Welt schon geschafft jetzt gehen wir mal ins nächste jetzt wird es auch immer schwerer, jetzt müssen wir jetzt einen als erstes erobern mit dem greifen wir dann mal hier den Berg an so, da noch die ersten Level sind schon schwer ab Level, ich meine die ersten Level sind schon ziemlich schlecht, aber ab Level 14 oder ne, dann ab Level 12, da wird es schon ein bisschen knifflig, da müsste auch mehr so Berge erobern so, jetzt müsste auch der Berg keine Chance haben und das haben wir auch schon die Welt die Stage abgeschlossen aber jetzt wird es auch ein bisschen schwerer so, hier den, dann erobern wir diesen Berg mit dem greifen wir hier den an ich finde das Spiel macht sehr Spaß für 79 Cent kann man ja mal reinschauen ich finde es ist nicht viel Geld und das Spiel macht auch sehr viel Spaß hat halt nicht so viel von Tower Defense Spiel aber ich finde es schon ein bisschen macht auch Spaß immer hier die A-Mind zu A-Mind zu schicken so, ein bisschen ähnlich wie K-Clone ich weiß nicht schon, dass einer von euch kennt es ist aber auch ein ziemlich berühmtes Spiel hat auch diesen Spielprinzip so, wir müssen noch Klaus Schieden gleich erobert haben ja, so, wir müssen noch Klaus Schieden gleich erobert haben ja, so, wir müssen noch in Level 4 kommen unser Score ist jetzt, im Moment, 918 so, jetzt erobern wir mal den so, ihr müsst halt immer versuchen, dass ihr alle Ameisenhaufen erobert weil, wenn die anderen mehr Haufen als ihr habt dann könnt ihr euch locker besiegen weil die Mehrheit zählt halt bei dem Spiel und so, hier noch ein paar das macht sehr Spaß für zwischendrin macht das Spiel immer Laune das wird irgendwie nie langweilig, finde ich so, jetzt haben wir auch die State schon abgeschlossen so jetzt zeige ich euch jetzt noch die Fünfte so und wir noch den äh, der hat jetzt uns den Hügel geklaut aber das macht nix so ah, hier haben wir ja schön den machen wir jetzt bestimmt Blatt wieder mehr halt ah, der ist aber auch nicht grad dumm so jetzt haben wir den auch gleich eingeholt so ah, hier haben wir jetzt 8 Fr den machen wir jetzt locker fest und zeige ich euch noch das letzte Level oder Stage wie wir es nennen jetzt seht ihr euch schon jetzt wird schon ein bisschen kniffliger ihr seid jetzt viele Spirme erobern hier so das Spiel ist recht gut gelungen auch die Grafik finde ich schön animiert jetzt haben wir auch hier schon äh, ein Golf hier ah, der will uns jetzt grad hier nix Neville denke ich mal dauert so höchstens eine Minute zwei Minuten wenn man schnell ist so jetzt haben wir auch jetzt hat ganz hier in Hügel geklaut dann kommen wir uns mal zurück so ja das haben wir jetzt auch gleich gesiegt hier hier den erobern wir jetzt noch schön so das war's auch heute wieder mit meinen einen neuen App ich hoffe es hat euch gefallen wie immer abonniert mich kommentiert mich und ciao und ciao ciao